Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sherlock Homes. Watson, kommst du bitte mit? Achso. Oh. 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 Ich muss zurück zu diesem Freiergespann. Wo ist das? Hä? Da hinten? Oh. 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 Wie ist die Mechanik, dass wir das da aufkriegen? Brotzen, meine Güte. So, jetzt müssen wir da rein Das heißt, ich muss jetzt den Löffel tätigen Ne, das war der Falsche Aha Jetzt hat der Wurzeln jetzt zwei zur Auswahl Schön, wir nehmen den ersten Der müsste jetzt aufbacken Das Lamp ist nicht alt Die Öl ist noch frisch Vielleicht Sir Rodney passen hier No, ich glaube nicht so Remember, er ging nicht weiter als die Katakulze unter dem Frigidärium Der Mörderer left diese Lamp The Golden Knife of Mithras A long lost relic has resurfaced Watson It is time to conclude this case Excellent Now, we should find another way of getting out of here Das soll ja nicht das Problem sein Das sollte nicht das Problem sein Wir müssen aber ganz kurz Trotzdem gibt es noch Ungerämtheiten Wir lassen uns mal überraschen, wie es weitergeht Jetzt müssen wir uns beim Botzen helfen Bei der falsche Hebe Das ist auch der falsche Hebe Was passiert, wenn ich den Botzen eigentlich zwischen Tür und Angel stehen lasse und das Ding runterkommt, bis der da klappt Wäre lustig auf jeden Fall Das wäre lustig Ich muss nie wieder so einen guten Chef kriegen, wie mich Ich muss nicht Sooo Na dann raus hier Ich verstehe das hier aber noch nicht so ganz Irgendwas ist hier falsch Die verbinden sich nicht Okay Was war denn jetzt das andere Was war denn jetzt gerade der arrogante Fatzke Wer ist der arrogante Fatzke oder der hier? Wir lassen das erste Mal so Wir untersuchen mal noch die Scherbe Ah nee Isol 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 So So Ach, aber diese Chemikalien... Ach, aber diese Chemikalien... Ach, aber diese Chemikalien... Ein weiterer Archeologie, wahrscheinlich... Sir Rodney... The Pyramids of Giza in Egypt... Ice... Salt... Ice-cream in the desert... We are indebted to the Romans who developed the technique... Ice-cream... So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice-cream... Okay... There are 12 pieces here. Let's try to gather them. What? There are 12 pieces here... Or here... There are 13 pieces here... The team is already hard to get. Err... Eh? Und das dein Fixpunkt ist. Muss ich mir das irgendwie anders drehen? Muss ich mir das irgendwie anders drehen? Ja, Junge. Ich muss das da aber irgendwie drehen können. Boah, ich verstehe das. Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Und es ist bereit für Kastung. Die Kastung ist bereit für Kastung. Wir müssen es einfach mit bestimmten Materialien. Sir Rodney hat eine Reconstruktion von der Mythical-Golden Knife. Er hat sich nicht zufrieden. 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 Er hat sich nicht zufrieden.